Wolfgang, konzentrierst du dich, ja? Nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam. Hier, deine Schultüte und jetzt. Und hopp! Auf ins Leben! Heute schicke ich Wolfgang in meinen Challenge-Parcours. Hindernis Nummer 1, die Brücke. Sie ist viermal so hoch wie Wolfi und erfordert Schwindelfreiheit. Im Mittelteil die Schubkarre, die Ari schiebt. Springt Wolfgang raus, ist es aus. Und mein Endgegner, der Feuerring. Hier heißt es hochspringen, sonst wird Wolfgang zum Hotdog. Für jeden anderen Hund schon eine Herausforderung, für Wolfgang unmöglich. Denn... Dieser Hund ist doof wie ein Stück Holz. Das stimmt doch gar nicht. Wohin geht der jetzt schon wieder? Der verteidigt uns. Wolfgang, komm mal her. Achtung, wir lassen es ungeschnitten stehen. Wie lange es dauert? Wolfgang, komm mal her. Komm mal her. Hier, fein. Ja, fein. Komm mal her. Komm mal, komm, bitte, bitte, komm da hin. Wolfgang, komm mal her. Hier, hier, fein. Hier, fein. Es ging schneller, als ich dachte immerhin. So, Wolfgang, nächster Test. Hier ist deine heutige Aufgabe. Keinen Bock, siehst du? Lesen kann er auch nicht. Ja, du aber auch nicht. Besteh den Parcours. Wo ist er denn? Wolfgang! Wolfgang? Ich, ähm... Gut, das ist Panik. Hab ich akzeptiert, hab ich akzeptiert. Ich suche kurz den Hund. Und dann können wir mal gucken. Wolfgang! Vielleicht sind euch meine Haare schon aufgefallen. Und jetzt an dieser Stelle verspreche ich, wer bis zum Ende des Videos dranbleibt, der wird sie in ihrer vollen Pracht sehen. Ich werde sie in schönster Slowmotion präsentieren. Was ein Cliffhanger. Was ein Cliffhanger. Da bleiben die Leute dran. Ari, wir beide kennen Wolfgang. Wir wissen, jetzt gerade hätte er auf gar keinen Fall eine Chance. Deshalb bekommt er zum ersten Mal in seinem Leben jemand, der ihn vielleicht zu einem besseren Hund machen kann. Eine Hundetrainerin habe ich organisiert. Oh nein, das ist mir peinlich aber. Lendra, ich habe dich gerade Hundetrainerin genannt, aber du bist ja eine Verhaltenstherapeutin für Hunde. Ich sag noch schlimmer. Und hast sogar einen Doktortitel. Ja. Oh scheiße, ich weiß ganz genau, was mit diesem Hund los ist. Hallo! Hast du ihn schon beobachtet? Der hat einen Schatten, gell? Der ist halt ängstlich. So, Ari hat jetzt Zeit mit der Trainerin einmal den ganzen Parcours abzugehen. Danach gilt es erst. Dann hat Ari 15 Minuten und muss es selbstverständlich alleine mit Wolfgang schaffen. Hier, komm her. Halt ihm das richtig an die Nase und belohne ihn alle jeden Meter. Jeden Meter? Hier stehen bleiben und belohne zwischendrin. Dann bricht er ab zwischendrin. Okay. Und wieder belohne. Und lobi ihn ganz viel. Lobi ihn ganz viel. Ja, klappe! Super! Ja, sehr gut. Okay, so Wolfgang, komm her. Also hier ist wichtig, dass er sich nicht wehtut und da nicht irgendwie Angst drin hat und rausspringt oder so. Und auf! Das heißt, da viel belohnen jetzt mal. Ja, fein. Wir konnten ihn nicht an den Punkt gehen, bis er Angst hat oder so. Ja. Jetzt belohnen. Ja, fein. Fein, Fein, Fein. Super! Ari, jetzt die Frage als fürsörglicher Hundefreund. Wie lange hast du ihn nicht mehr gefüttert? Ich habe den, der frisst die ganze Zeit. Der kriegt mehr, als ich esse am Tag. Erstmal holst du ihn nur in die Mitte. Ja! Ich sichere das. Okay. Wolfgang, komm mal her. Ihr, ihr Fein! Und wir loben zwischendrin. Na? Okay. Ich glaube, er geht Richtung Fleischwurst. Ich glaube auch. Haha! Jetzt fühlst du ihn damit wieder? Oha! Oha! Ja, 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 ja. Runter, 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 runter. Wolfgangs Hundeabschluss 2022. 15 Minuten für den Parcours. Ab jetzt. Los geht's. Ganz ruhig, ganz entspannt. Hier, guck. Ich halte fest. Schau mal, er schaut nicht mal, wo er draufdreht. Schau dir das an. Alter, schau mal, der läuft nur auf dieser blöden Tube. Ich fass es nicht. Fein! Fein gemacht! Ja, und los! Ja! So! Und hier. Hops! Ja! Nein, nein, noch mal. Hops! Und haps! Und sitz! Guck! Hoi! Jawai! Und haps! Ab dem Eimer wird schwierig, weil da muss er sich ja konzentrieren, sitzen bleiben, dann die Bälle. Wenn da kein Futter mehr drin ist, hat er vielleicht auch keinen Bock mehr. Und dann die Schuhe. Ich weiß es nicht. Der ist nicht so lange aktiv da oben. Ganz die Mutti. Jetzt kommen wir zum Bällebad. Pass auf! Komm mal her! Hepp! Hepp! Und los! Hopp! Ja! Fein! Einfach reinspielen! Und hier! Und raus! Komm! Ja! Geil! Oh! Raus! Raus! You fight! You fight! Und wieder rein! Absolut! Dafür kriegst du nichts! Hier! Ich lieb ihn ja über alles, ne? Weil ich dachte, er liebt mich. Aber er liebt nur Fressen! Die kleine Futterhure! Käuflich bist du! Wolfgang, jetzt komm! Jetzt hast du's so gut gemacht bisher! Ich hab ne kleine Belohnung für dich! Schau mal, was ich da hab! Du perverse Schwein! Wolfgang! Hier! Hotdog! YouTube-Stars zeigt alles! Let me be your doggie! Ja, jetzt ist er! Wir müssen weitermachen! So, Wolfgang! Komm! Und hops! Okay! Jetzt kommt ein Vertrauensbeweis, sich von Ari in der Schubkarre schieben zu lassen! Schleck, schleck, schleck! Und Achtung! Würde ich nicht mal für die beste Thunfischcreme der Welt machen! Ja! 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 Okay! Okay! Und Sitz! 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 Und Platz! Ja! Du bist so süß! Platz! Du bist zu verfressen! Ich leg's einfach hier hin! Guck! So was hab ich mein Leben! Schau mal! Er checkt nicht mal, dass er in dieser Schubkarre ist! Jefein! So! Jetzt kommt die Wippe! Und ich bin gespannt, ob Wolfgang es schafft, ohne die Trainerin über die Wippe zu kommen! Wolfgang! Konzentration! Hier! Langsam, 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 langsam! Achtung! Schau! You're fine! You're fine! You're fine! Klick! You're fine! Und hier runter! You're fine! You're fine! Genauso verfressen wie die Mutti! Doi! Doi! Ich merke immer wieder, wie sehr ich diesen Hund unterschätze oder seine Sucht nach Essen. Wolfgang, jetzt kommt deine Abschlussprüfung! Und zwar der Sprung durch den Feuerring! So ist er die Wahnsinnig? Feuerring! Feuerring! Ah! Heiß! Au! Ah! Ui! Das brennt! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Feuerring! Ah! Heiß! Das ist so schlecht! Die Aufgabe ist, dass er mit Anlauf hier durchspringt! Das ist aber gemein, weil das auch so raschelt! Ist er jemals in seinem Leben schon so hochgesprungen? Niemals! Er ist vor allem noch nie irgendwo durchgesprungen! Okay Wolfgang, komm mal her! Mit Anlauf! Ari nimmt Anlauf! Sitz! Sitz! Und bleib! Bleib! Bleib Wolfgang! Bleib! 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 Und hopp! Ah! Okay! Okay, fast! Sitz! Und komm her! Und hopp! Nein! Nein! Nochmal! Und hier! Komm Wolfgang! Hopp! Nein! Und hopp! Und hopp! Hopp! Nein! Bleib! Und hier! Komm, komm! Komm, komm, komm! Nein! Oh! Du mich vielleicht mal so seig. Und hier! Komm, hier! Und hopp! Jaaa! Alter, das war so schlecht! Das war aber durch! Schlecht! Durch den Feierring war das! Harry! Ja! Du musst noch durchs Ziel, gell? Warte, komm schnell! Hier! Und damit ist es geschafft, meine Damen und Herren! Wolfgang schafft den Hundeabschluss 2022! Wenn jetzt immer noch Leute zuschauen, dann seid ihr selber schuld! Ich hab's euch versprochen! Und jetzt bekommt ihr! Stark! Damit steht's eins zu null! Für Wolfgang! Mich würde mal interessieren, welches Haustier habt ihr zuhause und vor allem was kann das für Kunststücke? Bestimmt nicht schneller Lachscreme aus Naturbeschläge als Wolfgang! Hier unten habt ihr übrigens den Abo-Knopf, kann man mal draufdrücken, wenn man möchte! Verpasst ihr kein Video mehr! Hier seht ihr nämlich, wie ich schon mal Hundefutter war, menschliches! Das war toll! Und hier unten seht ihr viel Laude, wenn Menschen Hunde wären! Es geht viel um am Hinternriechen! Ihr habt noch gar nichts zu meiner Frisur gesagt! Wenn man nichts Gutes sagen kann, soll man gar nichts sagen!